Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in altbekannter Manier beglückt die Staatsregierung auch in diesem Doppelhaushalt uns wiederum mit einem Haushaltsbegleitgesetz. Typisches Merkmal eines solchen Haushaltsbegleitgesetzes ist, dass sie mit der zur Verabschiedung anstehenden Doppelhaushalts unmittelbar oder nur zum Teil oder am Rand zu tun haben. In Anlehnung an einen bekannten Film von Woody Allen könnte man dieses Vorgehen auch wie folgt beschreiben, was ich immer schon mal reden wollte, aber mir bisher nicht einzubringen wagte. Nun bin ich aber auch gern bereit zuzugestehen, dass die Art und Weise der Einbringung verschiedener Gesetzesänderungen noch nichts über deren Qualität aussagt. Wir als AfD-Fraktion haben einen Änderungsantrag mit dem Ziel eingebracht, das Haushaltsbegleitgesetz, um Änderungen des Kita-Gesetzes, des Landesblindengesetzes und des Schulgesetzes zu erreichen. Auf Einzelheiten dazu werden wir im Zuge der Begründung unserer Änderungsanträge eingehen. In einer Hinsicht weist das Haushaltsbegleitgesetz gleichwohl einen unmittelbaren Bezug zum Haushaltsgesetz auf. Ich meine die dort vorgesehene Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Mit ihr werden unter anderem die Erläuterungen zum Titel 0304 633 63 im Einzelplan 03 umgesetzt, wonach die Pauschale gemäß § 10 Absatz 166 Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Jahr 2017 je Person und für das Jahr 2018 je Person und Vierteljahr auf dann 2352,30 Euro festgesetzt wird. Zusätzlich erhalten die Landkreise und kreisfreie Städte einen Sonderausgleich in Höhe von 98 Euro je Person und Vierteljahr für das Jahr 2017 und in Höhe von 94,25 Euro je Person und Vierteljahr für das Jahr 2018. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, wir hatten von der AfD-Fraktion hinsichtlich des Haushaltstitels 0304 633 63 einen Änderungsantrag eingebracht, der auf eine gewisse Minderung der Ausgabensätze für die Leistungen an die Landkreise und Kommunen für die Aufnahme von Asylsuchenden vorsorgt. Das ändert aber nichts daran, meine Damen und Herren, dass wir die im Haushaltsbegleitgesetz vorgesehene Anhebung der Pauschalsätze pro Person und Vierteljahr nach § 10 Absatz 1 Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz ausdrücklich begrüßen. Das führt mich aber zu einem nächsten Punkt, den ich an dieser Stelle auch aufbringen möchte, die im Vergleich zum Jahr 2015, nicht zum Jahr 2014, rückläufigen Asylbewerber zahlen, sorgen gegenwärtig bei den Landkreisen und kreisfreien Städten für eine gewisse Entspannung. Die aktuelle Situation bietet gleichwohl keine Gewähr für die Zukunft. Von den Landkreisen und kreisfreien Städten wird deshalb erwartet, dass sie gewisse freie Plätze zur Unterbringung von Asylsuchenden vorhalten. Als Beispiel möchte ich den Landkreis 60 Schweiz-Osterzgebirge nennen. Der Kreistag hat beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, eine maximale Kapazität von jeweils 300 Plätzen dauerhaft vorzuhalten. Dies kostet dem Landkreis 1,2 Millionen Euro jährlich. Zugleich, und das ist beschämend, wurde in derselben Sitzung des Kreistages der Beitrag des elterlichen Eigenanteiles für Kindergartenplätze erhöht. Hier erwartet der Landkreis zur Gegenfinanzierung mehr Einnahmen in Höhe von lediglich 50.000 Euro jährlich. Unser Finanzminister ist nicht bereit, das Vorhalten von Asylunterkünften auch noch zu zuschussen. So findet also auf kommunaler Ebene ein gefährliches Ausspielen zwischen jungen Familien und den Kosten der Asylunterbringung statt. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die Bürger oder wie unsere Kanzlerin ja neuerdings im besten urwälischen Neusprech formuliert, die Menschen, die hier schon länger leben. Damit will ich es an dieser Stelle belassen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.